Ich glaube nicht, dass die KI die Jobs bedroht, sondern ich glaube, dass es einen Unterschied machen wird zwischen denjenigen, die mit KI arbeiten können und die, die nicht mit KI arbeiten können. Warum hast du dich für Berlin entschieden? Ehrlich gesagt haben wir damals gar nicht so viel darüber nachgedacht, wo wir ansässig sein wollen. Berlin war halt Startup-City in Deutschland, ist eine große Stadt und Medien und Kreativschaffende sind, glaube ich, findet man vor allem dort und es ist ein gutes dynamisches Umfeld und mittlerweile habe ich mich mit der Stadt eigentlich auch ganz gut angefreundet. Meinungen zu Gold-ETCs, kann man machen, also warum nicht? Die können sogar steuerlich begünstigt sein, wenn du dir das auszahlen lassen kannst, wie das bei Exetragold und Euwaxgold der Fall ist. Dort hast du die Möglichkeit, das investierte Geld dir in Gold ausschütten zu lassen und dann sind die Gewinne sogar steuerfrei. Besser Gold-ETCs oder Gold selbst für sich halten? Das ist eine gute Frage, kommt aber vor allem, ist eine Kostenfrage, also wie viel es ist. Wenn du viel Gold hast, dann musst du auch für die Sicherheit sorgen und dann ist es in dem ETC eigentlich einfacher. Wenn du es aber so als Krisenwährung siehst, ist es natürlich besser, das selbst zu halten. Also alles hat seine Vor- und Nachteile. Wir werden demnächst aber ein Gold- und Silber-Video machen, zu wie sinnvoll oder wie sinnlos ist das Ganze. Und Gold hat die letzten 5 Jahre übel gut performt, 60%. Das ist die Performance vom MSCI World. Stimmt das? Das können wir uns ja mal nebeneinander legen. Machen wir mal hier einen iShares und den machen wir auf 5 Jahre. Und den vergleichen wir mit Exetragold zum Beispiel. Und genau, also seit Vergleichszeitraum, seit 2009, ist der MSCI World doch schon deutlich besser gelaufen. Also der MSCI World hat dann nämlich 330% plus gemacht, während Gold 140% plus gemacht hat. Gold ist aber hier in dieser Euro-Krisenphase stärker gestiegen. Also 2010 bis 2013 wurde es dann überholt. Wenn wir uns das jetzt auf 5 Jahre anschauen nochmal, ist das denn hier die gleiche Basis? Oh ja, dann hat tatsächlich Gold einen Ticken, oder ja, einen Ticken besser performt als der MSCI World. Nämlich 64% versus 60%. Genau, und die, bevor, genau, ist ein Thesaurierender, also kann man die miteinander vergleichen. Hier ist natürlich der MSCI World stark abgerauscht, dann ging es wieder hoch. Und hier in den Boomjahren 2021 ist es ziemlich gut gelaufen hier im Aktienmarkt. Und dann hat Gold wieder ein bisschen aufgeholt. Was hättest du von 100% ACWI, IMI? Ja, kann man machen. Also da gibt es keine krassen Argumente dagegen. Tipps für Französisch-Tests. Also mein Tipp, den mir damals meine Englischlehrerin gegeben hat, ist sehr wahrscheinlich nicht jugendfrei, ich sage es trotzdem, ist vor der Prüfung so ein kleines Gläschen Rum oder Whisky trinken. Vorzugsweise Rum. Weil das lockert dir die Sprachbarriere, das macht dich so ein bisschen entspannter und dann flowt das besser. Also gerade wenn es um die mündliche Prüfung geht. Und die schriftliche habe ich keine Ahnung. Da musst du dich durchboxen. Weil du mit echten Franzosen arbeitest, dann würde ich dir empfehlen, die Strukturierungen von Texten auswendig zu lernen. Also wie strukturiert man eine Intro, ein Hauptteil, eine Outro und solche Dinge. Besoffen zum Abi. Ich habe nicht gesagt besoffen, ich habe gesagt ein kleines Gläschen. Sich nicht besaufen natürlich, das ist ja völlig bescheuert. Aber wenn ihr Sprachtests habt oder grundsätzlich mündliche Prüfungen, dann seid ihr ein bisschen mehr chatty. Das nimmt euch so ein bisschen die, soll natürlich, wie gesagt, keine Empfehlung sein. Genau, Alkohol, um die Sprachviskosität zu erhalten. Das ist genau das, was ich sagen wollte. Kommen wir wieder ein Interview mit Politikern, anderen aus dem Finanzbereich? Ja, tatsächlich kommt demnächst wieder ein Interview und wir arbeiten schon an weiteren. Meinst du, dass KI zukünftig typische Analystenaufgaben im IB ablösen wird? Glaube ich erstmal nicht, auf kurze Sicht nicht. Weil du musst schon ziemlich viel mitdenken. Ich glaube, und das gilt eigentlich für alle Bereiche, die jetzt von KI bedroht werden. Ich glaube nicht, dass die KI die Jobs bedroht, sondern ich glaube, dass es einen Unterschied machen wird zwischen denjenigen, die mit KI arbeiten können und die, die nicht mit KI arbeiten können. Also ich glaube nicht, dass ein Entwickler ersetzt wird durch ChatGPT, aber ein Entwickler, der sich mit GPT bedienen kann, der wird die anderen Entwickler definitiv outperformen. Dasselbe gilt in allen anderen Bereichen auch, denke ich. Content Creator, die sich bewusst mit, oder die gut mit künstlicher Intelligenz umgehen können, werden definitiv, meiner Meinung nach, bessere Ergebnisse erzielen. Und dasselbe wird im Investmentbanking genauso der Fall sein. Ich merke das selbst schon bei mir, wenn ich auf Excel Dinge mache und vor einer Wand stehe, dann frage ich auch GPT. Also ich arbeite relativ viel mit ChatGPT mittlerweile. Meinung zur Rentenreform in Frankreich. Ich finde die nötig, ehrlich gesagt. Die Politik entscheidet ja nicht solche Dinge, um die Franzosen zu ärgern, sondern irgendwo ist ja ein gewisser Leidensdruck. Was ist deine Meinung zum Deutschland-Ticket? Finde ich gut. Finde ich eine gute Sache. Definitiv. Bester Ort für einen sonnigen Urlaub in Frankreich. Ich finde Corsica ziemlich cool. Im Sommer ist Frankreich aber stark überlaufen. Wenn du sonnig magst, aber nicht brutal heiß, dann würde ich dir den Atlantik empfehlen. Ich finde Saint-Tropez für Frankreich auch echt cool. Ja, Saint-Tropez ist ziemlich nice. Ist aber überlaufen. Also ich würde dir eher empfehlen, nach Saint-Maxime zu gehen. Das ist gegenüber von Saint-Tropez. Und dann zu schauen, dass du irgendwie mit einem Schiff rüberkommst. Also entweder mietet dir dann was oder vielleicht gibt es eine Fähre oder du zahlst einem Fischer ein bisschen Geld. Was auch immer. Weil nach Saint-Tropez reinfahren mit dem Auto ist der absolute Horror. Das ist ein kleines Dörfchen, Saint-Tropez, mehr oder weniger. Und da wollen alle mit dem Auto rein und das geht halt nicht. Und deswegen würde ich sehr stark empfehlen, nach Saint-Maxime zu gehen. Und dort unterzukommen, ist natürlich auch deutlich günstiger als Saint-Tropez. Und dann irgendeine Bootsgelegenheit zu finden, weil das ist so eine Bucht. Und von der einen Seite Saint-Maxime bis Saint-Tropez bist du in 20 Minuten mit dem Boot. Weniger, vielleicht sogar 10, 15. Aber mit dem Auto kannst du mal locker zwei Stunden oder so oder noch länger dauern. Also ganz schlimm. Wenn dein Umzug ins Ausland geplant ist, macht es dann Sinn, Cash per Sparplan in einer Fremdwährung zu sparen. Ja, wenn das langfristig dein Wohnsitz werden soll, das Ausland und das quasi deine neue Heimatwährung wird, dann ja. Wann kommt Apple 4% Zinsen in Deutschland? Das ist eine gute Frage. Ich denke mal nie. Das klingt jetzt ein bisschen tough, aber ich bin mir nicht sicher, ob Deutschland deren primärer Markt ist. Ob die sich hier der Regulierung unterwerfen wollen und so. Es gab ja mal diese, oder es gibt vielleicht noch die Apple-Kreditkarte, wo es einen ziemlich guten Cashback gab. Also ich glaube 3% Cashback. Also du zahlst was und kriegst 3% zurück. Was ja schon krass viel ist. Und da gab es ja auch die großen Fragen. Ja, wann kommt das endlich nach Deutschland? Warum haben wir das nicht in Deutschland und so weiter? Und das kam bis heute nicht. Von daher, macht euch da nicht so große Hoffnungen. Aber die Zinsen steigen weiterhin und das Tagesgeld, dieses Ding hier, den Tagesgeldvergleich, den verfluche ich mittlerweile so ein kleines bisschen, weil ich den jeden Tag update. Das ist wirklich crazy. Jeden Tag ändern sich die Zinssätze. Hier bei Klarna, die sind ein bisschen weiter hinten, hat sich der Zinssatz geändert. Jetzt kriegst du da 1,95. Ja genau, 1,95. Vor kurzem hat die Renault Bank den vorherigen Testsieger C24 Bank abgelöst, weil die auch auf 2,0% gegangen sind. Richtig viel Action, also viel Musik im Markt. Das ist sicherlich nicht das Ende und die Zinsen werden weiter steigen und dann schaffen wir es vielleicht auch mal an die 4%. Ich hoffe, dieses kurze Video mit den Fragen aus der Community hat dir gefallen. Wenn auch du deine Fragen das nächste Mal im Livestream stellen möchtest, solltest du auf jeden Fall den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Dann wirst du nämlich informiert, wenn wir hier auf Überfluss live sind. Und dann kannst du deine Frage direkt in den Chat reinposten. Bis zum nächsten Mal.